Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer WinniePoo. Heute mal wieder mein Live-Commentary, das ist die Nummer 2 vom Live-Commentary und ein Sprengkommando auf Arkaden. Ja, ich muss sehen, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich renne mit der MP7 rum eine Runde. Ich habe jetzt eine total lange Weile. Okay. Ich kann jetzt nicht viel erzählen, weil ich gerade im letzten Video weiß auch, wie ihr gesagt habt, da viel gezahlt habt. Im Hintergrund hört man so leichtes Knistern und Krachen und Ficken, was auch immer. Das ist mein Ofen, der versucht warm zu werden, aber irgendwie ist es nicht schafft. Naja, werde ich mal zocken. Dann natürlich ein bisschen ausrasten. Ich hoffe es mal, dass ich ausraste. Ich finde es immer auszurasten, weil ich habe zwar gerade geraucht, da wird meine Stimme total behindert sein und es übertönen, aber naja. Also eingestellt habe ich in Dings habe ich eingestellt Predator, Kampfheli. Fick dich, Alter. Wäck, jetzt fick ich mich! Habt ihr Scheiße, ich war gesporen und gleich wieder tot! Geht auch. Alter, wer tut so früh, die Bombe platziert. Leck mich doch am Arsch, Alter! Bombe platziert, oder? Opfer. Ja, ich bin auf jeden Fall hinten, Alter! Mensch, ey, scheiß Map, ey. Die geht nur so auf den Piss. Wieso funktioniert der Meisterschützer eigentlich nicht? War mir klar, dass sie wieder auf mich fliegt! Alter, jetzt gehe ich von hinten ran, ey. Jetzt nehme ich es von hinten. Alter, ehrlich. Ja, jetzt geht die Bombe jetzt schon hoch, Alter. Opfer. Die Bombe zündet man nicht so zün. So früh tut man auch keine Bombe schicken, Alter. Und seine Aufklärungs-Drohne ist und leidend. Was? Mit was denn? Alter, mit Rückstoß. Boah, ist ja hart, Alter. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Schal? Alter, du kannst hier gar nicht mehr stehen. Die Bombe sind so bescheuert. Apfer, Alter. Ach,escennes, Deadpool. Nein! Die Maya Predator-Drohne, ist oder? Ich will neben den Piss, kleiner. das der Kopf steht bereit Leck mich am Anus Nein! Nein! Mensch ich hätte fast einen Reaper gehabt, aber ich hätte mir eh nichts gebracht, weil Avakaden kannst du nicht mit einem Reaper schießen Was war das schon wieder? Hock da in der Ecke und warte jetzt! Kleine Nächer Fotze, Alter! Was? Wo kam der her? Wie der dort? Ich wurde dort... Alter! Der hat die Spurs auf dem, auf der Metzen echt behindert! Was? Wieso? Alter, wieso sind die Spurs so bescheuert? Ja schon! Der hockt die ganze Zeit in diesem scheiß Ding drin, ne? Und trifft... 14 zu 12, Alter, ehrlich Opfer! Bin ich schlecht schon wieder, ey? Und wischt Ja, ey! Was für Noob seid ihr eigentlich, die die ganze Zeit in der gleichen Mann, die ganze Zeit in dem gleichen Ding kämmt? Totale Opfer, oder? Nein! Nein! Ich mach mal, ich... Ich mach mal verleckert, denn so scheiß Muschig Mensch! Er stellt den Kleber mit, denn die Mütze ein! Ja! Schau mal an, du kommst gar nicht so rein, was gleich ist, du bist gleich tot, wenn du da drin bist, Alter! Keine Chance! Was? Wie wusste denn, dass ich da bin? Der schießt das in der Abwichtung, und dann bin ich auf einmal tot! Ey, die gehen jetzt schon wieder zu B, Alter! Boah ey, jetzt wird schon wieder der Kill geklaut, weil so ein nächer Kind da drin sitzt! Wo sitzen die? Was?! Oh, ja, nerfsackig! Schau mal, die killen mir alle... die klauen mir alle Kills, Alter! STÖRT! Geht doch! Verbündete Frede der Drohne im Anfang! Vor allem im letzten Gefest steht er auf, Alter! Was?! Was?! Verdammte Scheiße! Schon wieder keine Bombe! Wie können die denn denn solche Luchern der Mannschaft, die nicht mehr aufpassen, dass die Bombe nicht gezeichnet wird?! Alter, der Scheiß-Trick, Alter! Der Scheiß-Trick-Erke ist an der Mutterficken, Alter! Ich bin ja auch schon fast auf Gold, die Pfotze! Mit dem Wechsel, Alter! 3, 4, 2, 2, 2, 18, Alter! Guck dir diese scheißkacke Quote an, Alter. Weißt du schon, wie kacke du spielst. Weißt du, dass das Spiel überhaupt keinen Sinn hat? Daran sieht man es. Das spielte Hindernis, Alter. In der Maps sind die Spons so bescheuert, dass du gar nichts machen kannst. Ja, werf deine kleine Granate rein, Alter. Total gearscht. Was? Wie bitte? Wie soll das gehen? Ich meine, in der Nähe von mir stand der. Ist ja immer bloß Käpt'n und nichts anderes. Oh, ey, Alter. Bist du komplett gestört oder so? Ja, klar, schießt durch die Säule. Ich bin mal eine Runde unrealistisch, hä? Dumm's Kind, Alter. Alter, wo schießt? Die schießt nochmal durch die gleichen Dinger durch. 29 zu 22, Alter. Jetzt gehe ich in die andere Richtung. Jetzt sind zu behindert. Boah, ey, Alter. Ey, das geht ja gar nicht. Wie viele Granaten da rumfliegen, ey. Ich hab die nicht mal getroffen. Ich wusste nicht mal, wo einer saß. Hä? Alter, geh mal nicht auf den Sack mit euren Scheißarzt her. Ja. Der Arscher, wie... Der hockt die Gasse in der gleichen Ecke und wartet. Die geht wieder auf mich. So, Marcel, wenn man nichts auf mich fliegt. Wo kam der her? Bei mir stand gerade drei Leute von mir! Okay, deine Mutter fickt mit deinem Scheiß-EMP, Alter. Wie? Was? Ey, habt ihr da 50 Schöße? Legales Magazin! Und der kriegt den Stub nicht! Halbett, ey. Schon wieder, ich... Ey, der geht mal so auf den Sack, ey. Wo kam der her? Ey, schau mal an! Der Spohler ist doch so bescheuert. Scheiß-EMP, Alter. Das ist doch schlimmer als ne Burm. Der Kopf hoch. Oh, jetzt kühlt er wieder, die Gang, die Gegner. Hacker, Alter, echt? Du bist doch komplett gestört. Verreckt, dann wird dir mehr gespohrt. Die Bombe wurde platiert! Ja! Zerbündete Redeter Drohne im Arm. Oh, jetzt! Redeter Drohne starten bereit. Oh, ein Kill hab ich geschafft. Was? Ja, schieß doch doch durch! Nicht er. Alter, Opfer. Wieder bloß der Assi. Was fällt der da runter, Alter? Boah! Der geht mal so auf den Piss da oben. 42 zu 33, Alter. Schau dir den Kleis an. Ey, Alter! Der trifft die ganze Zeit mit seiner scheiß ACR, Alter. Nicht durchgehend. Da! Den kannst du nicht töten, Alter! Alter! Der riesen하신chain- Petra- Die schälber! Was? Ich hab wieder die Wasser! Es hält nicht noch als Arschloch! immer das gleich dumme Kind, alter ja, ein Abschluss, ui, geht's gut, alter 50 zu 37 was willst du, du blöde Scheiß, Moshi jetzt ist der schon wieder da 52 zu 39, klar, du hast wieder verloren, Mensch sohn der Scheiß, guck dir diese Scheißquote an 52 zu 39, dieser Scheiß-Türk-Moshi hat mich da und gekillt das ist nix, weil ich schon wieder die Arzt her, alter, ehrlich, Opfer, Opfer, ehrlich, krank seid ihr doch, Leute, behindert alt, Opfer, dere